So, heute zeige ich mal, wie man es halbwegs verhindern kann, dass sich bei rechts gestrickten Teilen oder glatt rechts gestrickten Teilen der untere Rand nach außen aufrollt. Hier kann man das sehr schön sehen. Man hat gestrickt, gestrickt, gestrickt. Dieser untere Rand rollt sich immer ein. Das ist natürlich ganz süß, wenn man einen Rollrand möchte. Manchmal möchte man das aber nicht und kann sich darüber nur ärgern oder hat keine andere Möglichkeit, als entweder unten ein Bündchen dran zu stricken, in Rippentechnik oder wie auch immer, oder das Ganze doppelt zu stricken, vielleicht mit einer Umbruchreihe und anschließend innen festzunähen. Ist ärgerlich, weil manchmal möchte man ja gar nicht so einen dicken Rand unten haben. Habe ich bisher immer so gemacht, braucht ein bisschen mehr Garn, ein bisschen mehr Arbeit, geht auch, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, das Ganze zu machen. Warum passiert das eigentlich? Warum rollt sich denn der untere Rand auf? Das liegt daran, dass die rechte Seite oder die rechten Maschen sich in der Breite zusammenziehen und eher nach oben elastisch sind. Also hier zieht es sich in der Breite zusammen, dreht man das Ganze jetzt um, sieht man die linken Maschen, die ziehen sich eher in der Länge zusammen, werden also kürzer. Das heißt, die linke Seite ist kürzer als die rechte Seite. Merkt man daran, wenn man mal ein glatt rechts gestricktes Teil anzieht, beziehungsweise falschrum anzieht, merkt man, es ist plötzlich weiter, aber kürzer, als wenn man es so rum anzieht. Deswegen passiert es also, dass sich das hier unten aufrollt. So, jetzt ist es natürlich, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man verkürzt am unteren Rand die rechte Seite oder man verlängert einfach mal die linke Seite, damit es vorne und hinten einigermaßen gleich lang ist. Tja, gesagt, getan, gar nicht so einfach, aber mit einem kleinen Trick kriegt man es ganz gut hin. Das sieht dann zum Beispiel so aus. So. Man hat unten eine kleine Wulste, eine ganz kleine, das aber sehr dekorativ sein kann. Wenn man es hinlegt, bleibt, bleibt es aber einigermaßen gerade. Rollt sich also nicht auf, ist trotzdem glatt rechts. Das geht hier in diesem Garn. Ich habe auch mal ein feineres Garn genommen. Hier auch da glatt rechts gestrickt. Es rollt sich jetzt, knickt ein bisschen nach oben. Es geht ein bisschen nach oben, aber ich kann schwören, dass wenn das nachher ein bisschen angefeuchtet und glatt hingelegt wird, rollt es sich nicht mehr auf. Wie? Zeigst du mal eben, wie bei diesem Teil, das schon fertig ist, für das ich mir das eigenhändig auch ausgedacht habe. Man sieht, es liegt, es ist glatt rechts gestrickt. Es rollt sich nichts auf. Das Ganze hat auch noch einen glatt rechts gestrickten Stehkragen. Da machen sie es ja auch ganz gerne. Das heißt, das wäre dann nicht der Beginn der Reihe, sondern der Abschluss einer Reihe. Auch da bleibt gerade oben nichts passiert. Rollt sich nicht auf. Man sieht natürlich, dass es hier nicht ganz glatt rechts gestrickt ist, was allerdings, wie gesagt, ich ganz dekorativ finde und immer noch schöner, als da jetzt noch ein Rippenmuster unten ranzustrecken. Gut. Wie habe ich das jetzt also gemacht? Dazu legen wir das jetzt hier erstmal alles beiseite. Und dann habe ich da mal was vorbereitet. Die Eltern unter uns werden diesen Spruch erkennen. Die Jüngeren nehmen jetzt einfach mal so hin. So. Ich habe in einem anderen Video schon erklärt, wie der sogenannte Kreuzanschlag gemacht wird. Den habe ich jetzt bei diesem Teil mal angewendet, weil es mit allen anderen Anschlägen nicht so gut funktioniert hat. Ich lasse mich da gerne überzeugen, weil ich habe natürlich nicht alle machbaren Anschläge ausprobiert, habe die besten Erfahrungen aber mit diesem Kreuzanschlag gemacht. Da also gegebenenfalls nochmal in meinem anderen Video oder sonst wo gucken, wie der Kreuzanschlag gemacht wird, falls man nicht weiß, wie das geht. So. Wenn man Kreuzanschlag gemacht hat und glatt rechts stricken will, fängt man mit einer Rückreihe an. Das heißt, ich habe jetzt hier zunächst einmal eine Rückreihe linke Maschen gestrickt und dann noch eine Hirnreihe rechte Maschen gestrickt, sodass ich jetzt wieder hier mit einer Linksreihe weitermachen muss. Bei anderen Anschlägen, wenn die erste Reihe eine Rechtsreihe ist, muss man drei Reihen stricken. Wichtig ist, dass man diese verkürzten Rechtsreihen, wie ich sie nenne, auf der linken Seite macht. So. Ich habe jetzt hier die linke Seite vor mir. Die erste Masche ist immer die Randmasche. Hier wird ganz normal gestrickt. Ich stricke Randmaschen fast immer im Knötchenmuster. Das heißt, immer rechts auf der Hin- und auf der Rückreihe. Ich schicke jetzt hier also eine rechte Masche. So. Was ich jetzt mache, ist Faden nach vorne. Eine Linksmasche. Ich stecke die Nadel hier rein und hebe die Masche erst einmal einfach nur ab. Jetzt gehe ich mit der linken Nadel unter das zweite Nupsi von oben hier von der linken Masche. Das hole ich mir jetzt auf diese Nadel. So. Ich lege die zweite wieder zurück und stricke beide zusammen. links ab. So. Noch einmal. Ich hebe diese Masche ab, gehe mit der linken Nadel hier das zweite, den zweiten Querfaden von oben, zusammen, hebe den hoch, leg die Masche dazu, gehe hin und stricke beide Maschen links ab. So. Also, abheben, zweiten Querfaden von oben nehmen, beide zusammen und links abstricken. So. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut sehen. Ich mache es nochmal. Ich hebe es ab. So. Nehme jetzt nicht diesen hier, nicht den direkt, wo die Schlaufe durchkommt, sondern die Schlaufe darunter nehmen. Hoch, beide zusammen, einmal den Faden drum und links stricken. Fertig. So. Das machen wir jetzt mal bis zum Ende durch. Die letzte Masche ist wieder die Randmasche und wird ganz normal gestrickt. So. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir mit der Reihe fertig sind. Jetzt machen wir gar nichts weiter als das, was wir immer tun. Wir stricken das Teil glatt rechts weiter bis nach oben. Wir müssen das nicht nochmal machen. Wir müssen jetzt nicht nochmal diese verkürzten Reihen machen. Soweit ich die Erfahrung gemacht habe, reicht es, wenn man es einmal macht. So. Die glatt rechts Reihen sind noch zu sehen. Es ist hier ganz, ganz kleine Wulst drin, weil wir haben jetzt einfach mal die rechte Seite ein bisschen verkürzt, indem wir sie wieder nach unten gezogen haben. Das hat jetzt den Vorteil, dass rechts und links die Reihen wieder ungefähr die gleiche Länge haben und deswegen der Rand sich nicht mehr aufrollt. Außerdem wird sie durch diesen kleinen Wulst auch gestoppt. Kann sich also hier unten gar nicht aufrollen. Deswegen ist es wichtig, dass man das gleich ganz unten macht und nicht erst, was weiß ich, zehn Reihen hochstrickt, beziehungsweise neun Reihen hochstrickt und dann diesen Wulst einarbeitet. Erstens sieht es dann nicht so schön aus. Ohnauffälligsten ist es noch hier ganz unten. Und zum zweiten rollt sich dann der untere Teil wieder ganz normal auf, wie man es halt kennt. So. Und so sieht es dann aus, wenn man ein paar Reihen weiter gestrickt hat. Glatt rechts. Das hier unten. Bleibt wo es hingehört. Gerade. Rollt es sich nicht auf. Und wie gesagt, nachher, wenn es noch ein bisschen angefeuchtet wird, passiert garantiert dann überhaupt nichts. Dann ist es noch gerade. Also eigentlich eine wunderschöne Möglichkeit, diese glatt rechts gestrickten Teile am Aufrollen zu hindern. Sofern man wirklich einfach mal eine gerade Jacke, geraden Pullover, gerades Top haben möchte, ohne ein Bündchen dran zu stricken. Das gleiche funktioniert übrigens auch dann am Abschluss einer Arbeit, wenn man also zum Beispiel einen Stehkragen haben möchte. Das heißt glatt rechts, der sich dann oben auch nicht nach außen aufrollen soll. Dann macht man es halt einfach so, dass man in der Reihe vor dem Abketten das Ganze nochmal macht. Also eine verkürzte Rechtsreihe strickt oben noch einmal und dann in der Reihe darauf alle Maschen abkettet. Das, wie ich das eben schon gezeigt habe, sieht dann so aus. Andersrum. Da ist dann hier nochmal eine verkürzte Rechtsreihe gestrickt, bevor dann hier oben alle Maschen gleichmäßig abgekettet worden sind. Ich denke, das ist eine ganz nette Möglichkeit, auch mal einfach glatte Teile zu stricken und sich nicht über den ungewollten Rollrand aufregen zu müssen, wie es mir oft passiert. Und dann wird es mir so gut, dass wir mit uns hierherisfutaten haben. Und dann kann ich auch mal mit so gut das alles. Vielen Dank.